Hallo meine lieben Kinoblogger und Filmfans da draußen, willkommen zurück auf meinem Kanal. Möchte ich euch heute mein neues Intro vorstellen und ja, ich weiß, es gab im März schon ein neues. Mit dem war ich durchaus zufrieden und kam auch relativ gut an, war aber auch nicht das, was ich von Anfang an so im Hinterkopf hatte. Und genau das habe ich jetzt am Wochenende mit Hilfe eines Tutorials umgesetzt und ich bin damit richtig zufrieden. Geht auch nicht lange, 6 Sekunden und ich bin jetzt schon auf eure Kommentare gespannt, wie es euch gefällt. Ja, ich würde sagen, ich klinke mich jetzt aus, wünsche euch noch ein schönes Restwochenende und wenn euch mein Kanal gefällt, lasst doch gerne ein Like da, ein Abo, um auch künftig nichts mehr zu verpassen. Okay, dann bin ich weg und bis die Tage. Ciao, euer Wasti vom Kinoblog. Bye, bye.